Wuh! Leute, was geht ab? Damit herzlich willkommen zu Fortnite Kapitel 4. Ihr kennt den Trailer wahrscheinlich schon. Gehen wir rein in Kapitel 4, einfach mit NoSkin, Freunde, weil wir erstmal auf Entdeckungstour gehen. Wir gehen direkt rein. Null-Bound-Solo, geisteskrank neue Änderungen, Freunde. Und da sind wir auch schon. Und es leckt natürlich geisteskrank. Okay, krass. Oha, Digga. Ja, hier haben wir auch schon die Burg. Ich muss sagen, ist mal ganz was anderes, oder? Guck mal, mein Schwert passt hier echt geil dazu. Ruhe jetzt, Ruhe. Okay, Freunde, wo landen wir? Ich würde sagen, ein bisschen im Schneegebiet. Ja, komm. Ich glaube, wir tasten uns erstmal ran, Freunde. Ja, sehr mittereiterlich, ne? Aber feiere ich irgendwie. Also die Waffen, die wir jetzt kennen, meine ich, gibt es komplett gar nicht mehr. Okay, Freunde, hier haben wir ein verschneites Wohnhaus. Wir gehen direkt rein. Ich hoffe, das war jetzt schlau, Freunde. Oh, warte mal. Oh, das ist cool. Oh, habt ihr es gesehen gerade? Macht das nochmal. Jawohl, Digga, da wird rübergesprungen. Oh, da haben wir auch die neue Schrotflinte. Oh mein Gott, die macht Dampf, Digga. Heilige Scheiße. Was ist das? Neues Kisten-Design. Oh yes, Baby. Ich komme mir vor wie bei, keine Ahnung, Overwatch oder so. Holy shit. What? Was? Der, das Schwert Excalibur, kriegst du einfach in die Fresse. What? Okay, jetzt, jetzt, jetzt gebe ich ein. Wer wird mein erster sein? Komm her! Bam! Oh, sie ist jetzt erwischt! Hä? Sie ist jetzt erwischt. Lauf nicht weg, Bro. Jawohl, wir haben ihn. Jawohl, Digga! Oh, da haben wir auch schon das Motocross. Sehr, sehr geil, Digga. Komm, wir wechseln mal. Digga, einfach ganz andere Welt, ne? Nice, Digga. Ist aber schwer zu treffen, wie mit der Cobra-DMR, ne? Was haben wir hier? Oh yes. Boah, ihr kennt den Sound, Freunde. Boah, das hat voll was. So Fantasy-Vibe, oder? So Herr der Ringe. Ja, Mann, Herr der Ringe könnte man auch sagen. Das klang jetzt eher wie ein Furz. Oha! Oha, einfach Trickshots machen. Oh, Digga, Impfern schießen, Digga. Ich fühl mich wie John Wick. Wir gehen mal einfach in den Schnee rein. Ho, ho, ho! Der, die Waffen sehen so krass aus. Oh. Oh, oh, okay. Ja, Freunde, komplett neues Waffendesign. Die fühlen sich auch sehr anders an, Digga. Vom Handling irgendwie. Was haben wir hier? Donnerschrotflint? Ne. Das ist nochmal eine andere. Was macht die? Oh, also Sounddesign muss ich sagen, on point, Freunde. On point. Erstmal einen Huhn erschießen. Hab ich's getroffen? Ne. Der, wie sieht das aus? Du dummes Huhn. Was steht da? Sieben bereit? Oh, Freunde, stimmt. Das gibt's ja auch noch. Im großen Blattwerk regenerierst du Konditionen. Ein Teil deiner Schilde. Geil, Digga. Keine Ahnung. Nehmen wir das einfach. Genau, wir kriegen eine Erweiterung. Je weiter wir sind im Spiel, ich weiß es gar nicht. Aber ich seh schon die Trickshots, Freunde. Einfach ein Salto und dann einen holen. Ich seh schon, Freunde. Ich bin gespannt, wie die... Level 2, jawohl. Ich bin gespannt, wie die Sniper aussehen. Es muss doch eine Sniper geben, oder? Sonst heule ich ein bisschen. Keine Schockwellengranaten bis jetzt gesehen. Aber warte mal. Ich sollte mal Blue Life nehmen. Alter, man kann im Fahren trinken, Junge. Neues Fortnite-Mythen-Video kommt. Oh mein Gott. Alter. Äh, was? Okay, das ist ein Game Changer, oder? Nein. Oh. Da wollte ich nicht hin. Alter, Freunde, das ist wild, Digga. Man kann im Abhauen einfach sein... Digga, man kann sich einfach heilen. Ja, ich hole den Kürbiskopf. Boah, bis jetzt die Landschaft sehr geil. Oh, Schweini ist immer noch da. Wichtig. Passt ja auch zur Mitte, Alter, ne? Grund-Nahrungsmittel Nummer 1. Jawohl. Den Bre hat's erwischt. Ey, du kleiner B***er. Ja, dann komm. Geil. Fühlt sich sehr cool an. Vom Handling, ehrlich gesagt. Ja, okay, die Zone, ne? Komm, scheiß drauf. Juhu! Guck mal, jetzt einfach... Mega fröhlich, Herr der Ringe. Alle, alle haben Spaß, Digga. So sieht's gerade aus. Komm her! Bam! Kommt her! Ah, ich hab keine Muni mehr. Ah, nice, Digga. Komm her, du Hund! Ha! Klaute einfach meinen Kill. Oha! Das hab ich auch gesehen mit dem Hammer, Freunde. Oh, daran muss ich mich erst mal noch gewöhnen, Digga. Boah! Holy shit, Digga! Hab ich den Hammer? Ich hab den Hammer! Ey, mach doch nicht so, Digga. Boah, aber was kann ich mit dem Hammer, Mann? Ich hab das im Trailer gesehen, Digga. Boah, die macht ordentlich Schaden, Digga. Ey, ich hab doch auf seinen Kopf gezielt. Die Waffe ist wirklich nix für Distanz. Kann das sein? Hä? Okay, das Ziel ist irgendwie komisch, Freunde. Ist das ein Bug? Oha, was ist das jetzt? Oh! Alter, geil! Die ist ja auch neu. Oh mein Gott, auf Call of Duty angelehnt. Guck mal, wie schnell die auch zieht. Das ist viel schneller als bei Warzone. Das hat mich immer genervt. Guck mal, bis der gezielt hat. Das saut in Warzone gefühlt doppelt so lang, Freunde. Oh, ja, ich mag die. Headshot. Oh, wir haben den Bogen auf Katniss Everdeen angelehnt. Komm, ey, wir testen den einfach mal kurz. Digga, alles einfach testen in einer Runde, yo. Bam! Uh! Uh! Okay, auch krass. Aber ich will einmal Tor sein mit dem Hammer, bitte. Ich komm mir vor wie Katniss Everdeen, Tor und, äh, keine Ahnung, wer alle. Alles in einem, ne? Auch die Bäume in Rot, in Gelb, in Lila. Das feier ich, Digga. Oh, oh. Ich muss Visualisierung, glaub ich, anmachen, Freunde. Ach, du kleiner Wichser. Hä, was ist das? Ja, Digga. Junge, es gibt einfach so viel Neues. Das ist schon sehr, sehr wild. Freunde, das war's auch schon mit dem Video. Das soll jetzt einfach nur, ja, erstes Gameplay sein. Es war auch wirklich das erste Gameplay jetzt, äh, das ich auch schnell aufgenommen hab. Wenn's euch gefallen hat, lasst gern ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Macht's gut.